Hallo und herzlich willkommen bei den Matrixern. Heute die sechste Sitzung mit Jonathan und Niki. Ja, und heute auch wieder Featuring Flux. Ja, wir haben heute die sechste Sitzung und heute ist unser Thema der Mars. Am Ende des Videos stellen wir wieder das Video für die nächste Woche vor, damit ihr eure Fragen in die Kommentare geben könnt. Ja, der Mars hat die Menschheit ja schon immer fasziniert. Ja, uns auch. Ja, immer spannend. Auch Elon Musk ist sehr fasziniert vom Mars. Und sein großes Lebensziel ist es ja irgendwann zum Mars fliegen zu können. Ja, und natürlich den Mars kann man sehr gut am Himmel erkennen. Und er hat so eine orangene Farbe und besitzt zwei Monde. Ja, und wir haben natürlich sehr viele Fragen zum Mars bekommen. Oh ja. Oh Gott, oh Gott. Und was alles gefragt wurde wieder. Wollen wir dann loslegen? Ja. Ja, wir haben zwei Fragen rund um den Mars. Los geht's. Ja, ich bin schon ganz gespannt. Ja. Ja, wir sind beide wieder mit Flux verbunden. Jonathan stellt die Fragen in Flux und Flux gibt mir wieder die Antworten runter. Ja, ist Flux da. Flux ist da. Sehr schön. Ja, natürlich, die allererste Frage ist natürlich eine der wichtigsten Fragen. Okay. Die Frage, die sich die Menschheit schon seit Jahrhunderten stellt oder seit Tausenden. Vielleicht. Gibt es Leben auf dem Mars? Ja. Ist auf dem Mars Wasser vorhanden? Die Frage ist indifferent. Hm? Vielleicht haben die auch Leitungswasser, Kanister, also irgendeine Art Wasser gibt's da. Natürliches Wasser vielleicht, Fragen oder so, sonst kriege ich keine klare Antwort. Das ist ja egal, wie in welcher Form. Okay. Ja. Ah, sogar Wasser vorhanden. Ja. Ja. Ich denke mal auch, weil man hat ja auf einigen Fotos auch an den Polen halt Eis gesehen. Also es gibt natürliche Wasserquellen auf dem Mars. War der Mars einmal so begrünt wie auf der Erde? Oder gab es da überhaupt irgendwelche Pflanzen, Wälder? Kriege ich keine klare Antwort. Hm. Also es ist auch kein Nein. Gibt es denn gegenwärtig Pflanzen oder Bäume auf dem Mars? Nein. Keine natürlichen. Hm. Interessant. Gibt es auf dem Mars auch, ja, Bodenschätze wie zum Beispiel Gold? Oh ja. Hm. Hat der Mars eine atembare Atmosphäre? Für Menschen? Ja. Bedingt. Bedingt. Muss aber tief Luft holen. Oder einfach nicht zu tief atmen. Ich weiß nicht. Hat der Mars auch einen Tag- und Nachtrhythmus? Ja. Kann ein Mensch die Atmosphäre auf dem Mars atmen, ohne zu sterben? Ja. Aber es wirkt als, ginge das nicht über Tage oder Wochen oder Monate, sondern für eine Weile und dann braucht man wieder Menschenatmosphäre. Ach so. Also ich habe, glaube ich, mal in einem Bericht gelesen, dass man auf dem Mars seinen Helm abnehmen kann, aber man würde dann eher sehr schnell atmen müssen, um genügend Luft zu bekommen. Und nach einigen Minuten müsste man seinen Helm mit seinem Sauerstoffzufuhr wieder aufsetzen. Stimmt das? Hm. Ja. Stimmt es, dass tagsüber auf dem Mars ungefähr eine Temperatur von 20 Grad Celsius herrscht? Mehr oder weniger. Ja. Aber nachts dafür minus 85 Grad, stimmt das? Nein. Ist der Mars bewohnt von irgendwelchen physischen Lebenswesen? Lebenwesen. Lebewesen. Lebewesen. Ja. Ist das, was wir hier auf der Erde Physik nennen, auch gültig auf dem Mars? Aus der Perspektive des Menschen, ja. Mhm. War der Mars früher in seiner Geschichte der Erde sehr ähnlich? Ja, weniger. Ja, nee. Jetzt eine ganz spezielle Frage. Verleiht der Marsriegel, der Schokoladenriegel, eine marsianische Kräfte? Oh, nein. Nein. Verdammt. Verdammt. Wurde der Mars einst durch einen großen Krieg zerstört oder so halb zerstört? Ja. Gibt es auch einen Innermars? Also... Also... Ja, genau. Nicht wirklich, nein. Also es gibt wohl Höhlensysteme, aber halt recht an der Oberfläche, also kein Innermarsen. Leben denn Marsianer noch unterirdisch auf dem Mars? Ja, in Höhlensystemen und Bunkern und so Zeug. Wird es bis zum Jahre 2050 für sehr reiche Menschen, Milliardäre, möglich sein, zum Mars zu reisen? Physisch? Ja. Gibt es auch UFOs auf dem Mars? Ja, aber zur Frage davor, das tun die Reichen jetzt schon über Portale. Hm. Gibt es auf dem Mars Lebewesen, die Rasterhaare haben? Nein. Hätte ja sein. Hätte sein können, ja. Ja, da hat man mal die Möglichkeit mit der achten Dimension zu kommunizieren. Und du hast nur eine einzige Frage. Und was fragst du? Leben auf dem Mars kleine Krabbelkäfer. So was ähnliches, ja. So was ähnliches. Ich frag ja, ich warte ja schon. Gab es auch mal Dinosaurier auf dem Mars? Nein. Gibt es Drachen auf dem Mars? Nein. Oder gab es sie einst? Nein, nicht auf dem Mars. Okay. Sind die beiden Marsmonde, Deimos und Phobos, natürliche Monde? Indifferente Antwort. Sind es vielleicht künstliche Monde? Es bleibt dabei. Indifferente Antwort. Vielleicht müssen wir Phobos und Deimos aufteilen. Ach so, okay. Ist Phobos ein natürlicher Mond? Ja. Ist Deimos ein natürlicher Mond? Nein. Ist Deimos ein künstlicher Satellit? Ja, irgendwas Künstliches, ja. Ist Deimos ein Raumschiff? Nee, es ist eine Raumstation. Wurden Phobos und Deimos mit Raumschiffen an die Position gebracht, an der sie sich jetzt befinden? Oder einer davon? Einer davon, ja. Beide nicht, ja. Ah, okay. Leben gegenwärtig Erdenmenschen in Basen unter dem Mars? Oder auf dem Mars? Ja, es gibt Menschen auf dem Mars, die auf Marsbasen leben. Ah, ja, das habe ich auch mal geträumt. Da habe ich mich im Traum an einen Soldaten angedockt und habe dann mal so ein paar Stunden aus seiner Perspektive wahrgenommen. Das war ganz spannend. Ja, krass. Kann man übrigens auf meinem Blog nachlesen. Hier hat jemand eine Mars-Theorie und möchte wissen, ob sie zutrifft. Okay. Die Menschen haben früher auf dem Mars gelebt, so die Theorie. Da fängt schon das Nein an, aber... Haben dann einen Atomkrieg ausgelöst. Alles war kaputt. Also den Atomkrieg gab es, ja. Aha. Und sind die Menschen dann mit Raumschiffen zur Erde geflogen, um sich dorthin zu retten? Nein. Und haben dann über die Jahrhunderte oder Jahrtausende hinweg vergessen, dass sie einst vom Mars gekommen sind und möchten jetzt wieder unbedingt zurück. Also nein. Nein. Aber den Krieg, den gab es. Ah, okay. Es gibt ja einige Fotos von der NASA über das Mars-Gesicht und die Mars-Pyramiden. Gibt es wirklich Pyramiden auf dem Mars? Ja. Und gibt es auch das Mars-Gesicht, also ein gigantisches Monument, das aussieht wie ein Gesicht, das zum Himmel blickt? Nein. Das war wohl ein Ablenkungsmanöver, ich weiß es nicht, damit Leute was zu reden haben. Kennt man auf dem Mars Schokolade? Teilweise, wahrscheinlich die, die von der Erde kommen. Ja, wahrscheinlich, ne? Gibt es Hexen auf dem Mars? Ne. Haben sie noch keine hochgeschickt, um zu zaubern? Naja, die Frage ist ja auch, existieren auch Marsianer gegenwärtig auf dem Mars? Also ursprüngliche Marsbewohner? Mhm. Also es gibt ursprüngliche Marsbewohner. Mhm. Aber die leben nicht mehr auf dem Mars, nein. Wie, alle weg? Alle ausgerottet. Würde man auf einem Foto, das ich mit dem Handy geschossen habe auf dem Mars, einen Marsbewohner darauf erkennen können? Nein. Wahrscheinlich, weil sie nicht mehr leben. Ja. Aber wer hält sich denn dann auf dem Mars auf? Aliens, Menschen, irgendwelche Rassen? Ähm, zwischen Mars und Jupiter befindet sich ja der Asteroidengürtel. Mhm. Wurde der Mars vielleicht eines Tages von einem großen, ja, Asteroidenstück getroffen und hat eine verheerende Vernichtung auf dem Mars bewirkt? Nein. Nein. Aber der Mars ist ja auch noch da. Ja, nicht vernichtet, aber vielleicht die Atmosphäre kaputt gemacht oder Teile der Oberfläche? Nee, das war der Krieg. Achso. Okay. Den Krieg hast du ja auch mal geträumt oder sowas, ne? Ja. Ja, richtig. Ja, ich war da auch irgendwie. Ich habe da mich auch an irgendwen angeschlossen, vielleicht hatte ich da auch mal ein Leben, ich weiß es nicht. Und habe dann dort am Himmel einen gewaltigen Krieg gesehen zwischen Hunderten von Raumschiffen. Ja, abgefahren. Ja, und das war schon ein Bild, also ich habe da nur gestanden und gestaunt, ne? Ja, das glaube ich doch. Ja, und ich dachte immer nur, mein Gott, die Aliens sind so weit fortgeschritten. Die haben gigantische Raumschiffe, die haben so eine hochentwickelte Technologie und was machen sie damit? Beschießen sich damit. Ja. Will Elon Musk wirklich zum Mars reisen? Seltsame Antwort. Oh, Elon Musk ist bereits auf dem Mars gewesen. Hm, schau mal. Das wäre nämlich die nächste Frage. Besucht Elon Musk heimlich den Mars, um dort Menschen oder Aliens zu treffen? Oh ja. Wie immer, alles nur schön. Schau mal. Gibt es Terraforming auf dem Mars? Hm, ja. Und ist die Atmosphäre des Mars teilweise irgendwie an den Polen oder unter der Erde eingesperrt oder eingefangen? Nein? Ich weiß auch nicht, was das bedeuten soll, aber flugsbestimmt. Ja, es gibt ja hier diesen Film Total Recall mit Arnold Schwarzen. Ach so, ja, geiler Film. Und da gab es ja unterirdisch eine Marsanlage, da musste man halt seine Alien-Hand drauf tun. Ja, genau, genau. Damit die Atmosphäre des Mars befreit wird. Ja, ja, ja. Nein, aber nein. Aber nein? Aber nein. Nicht wie bei Total Recall. Schade, wäre ja praktisch. Gehst du hin zum Mars, drückst auf den Knopf und alles ist wieder gut. Ja, das wäre schön. Ja. Müsstest du auch auf der Erde geben, so einen Knopf. Ja. Drückst auf den Knopf und alles ist gut. Ja, das wäre was. Alles wieder gut, Knopf. Zieht die Menschheit irgendwann gemeinsam zum Mars? Also übersiedeln? Nope. Nicht? Nein. Werden denn überhaupt irgendwann mal irgendwelche Menschen zum Mars übersiedeln? So auch normale Menschen halt, Bürger der Welt? Ja. Also das scheint, ja. Vielleicht im nächsten Leben. Wer weiß. Wer weiß. Leben denn Nachfahren der kriegerischen Rasse des Mars auch auf der Erde? Wo die Frage ja voraussetzt, dass die ursprüngliche Spezies auf dem Mars kriegerisch gewesen sei. Nein. Deswegen bekomme ich vielleicht auch nur eine indifferente Antwort. Ich weiß es nicht. Ja, das ist gut möglich. Waren denn, fragen wir mal so, waren denn die ursprünglichen Marsianer eine kriegerische Rasse? Nein, überhaupt nicht. Kein Stück. Okay. Ja, das beantwortet die Frage ja dann schon fast. Es leben aber ursprüngliche Marsianer aktuell auf der Erde. Als Marsianer oder als Mensch? Durch den Reinkarnationszyklus zum Beispiel? Nicht als Marsianer. Ja. Also sind die wohl im Reinkarnationszyklus jetzt eingefangen worden? Ja. Jemand fragt, ob die Nazis jemals auf dem Mars gewesen sind. Oh, das ist aber eine sehr süß, die kann ich gar nicht deuten, die Antwort. Also es ist eher ein Nein. Mhm. Aber da ist noch irgendwas, eine Art Aber, eine, ja, vielleicht gibt es nicht genug Informationen. Also offensichtlich nicht. Also irgendwas fehlt da. Grundlegend aber nein. Aber irgendwas ist da schon heimbar. Ich weiß nicht. Mhm. War Adolf Hitler jemals auf dem Mars? Nein, das ist sehr klar, das Nein. Okay. Der hatte andere Horowitz. Oh, und auch die Frage beantworte Flux, und zwar ja. Ist das in Anführungsstrichen Marsgesicht denn irgendeine Art von Monument oder künstlich erschaffen worden? Nein, ganz klar nein. Gibt es Portale auf der Erde, über die man zum Mars kommen kann? Oh ja. Werden die auch heimlich genutzt? Ja. Habe ich auch in den Träumen gesehen. Ja. Dass es da ein Portal gibt, sogar aufgebaut wie ein Zug. Also da kannst du dann sogar 10, 20 Leute reinpacken. Ach was. Und mit einmal, wupp, über eine Art Schienensystem, werden die dann durch das Portal transportiert und landen auf der anderen Seite auf den Schienen. Kannst du das vorstellen? Ich frage nur gerade, aber da ist was dran, auf jeden Fall. Und ich habe da auf dem Mars auch gesehen, dass sie da einen kleinen Zoo haben. Mit marsianischen Tieren. Stimmt das? Ja. Die sahen süß aus. Einer sah aus wie so ein Optifant. Nein. So ein bisschen. Ja. Der war nur so groß in der Hand. Ach wie süß. Ich will auch einen Optifant. Naja, der sah echt knuffig aus. Das ist. Okay. Wir alle kennen ja Star Wars und den Millennium-Falken, den Han Solo geflogen ist. Auf jeden Fall. Gibt es ein Raumschiff auf der Erde oder auf dem Mars, das diesen Millennium-Falken sehr ähnlich ist? Ja, irgendwas, sowas richtungsmäßig gibt es, ja. Cool. Ich finde es auch cool. Könnten wir uns mal ausleihen für ein Wochenende? Ja, allerdings. Oder? Bin ich dabei. Hat die deutsche Absetzbewegung auch eine Station auf dem Mars? Nein. Ja, ich denke mal, so Flüchtlinge aus dem Zweiten Weltkrieg sind halt in eine deutsche Flugscheibe gestiegen und dann ganz schnell zum Mars. Ja, nein. Es gibt ja hier auch die Independent-Filmreihe Iron Sky. Ja. Ne? Ist ja ganz witzig gemacht, ne? So mit Hitler auf dem Tyrannosaurus, ne? Ja, okay. Und sowas halt alles, ne? Mit Innererde und Mond und so. Ist ja ganz witzig, ne? Und da haben ja auch immer wieder Leute gefragt, ob die Nazis eine Station auf dem Mond haben. Oder hatten. Haben, nein. Hatten, ja. Wird denn irgendwie Handel betrieben mit dem Mars? Zwischen Erde und Mars? Nein. Oder gibt es Raumschiffe, die den Mars beliefern von der Erde aus? Oder über die Portale? Ah, über das schon. Über die Portale. Ja, naja. Da ist ja kein Problem, ne? Dann packen sie ein paar Steaks in den Zug da und lassen den eben rüberfahren. Versorgungsportal. Ah, ja. Okay. Interessant. Ja, so ein Stargate wäre schon noch echt abgefahren. Ja, genau. Gibt es denn ein Stargate auf dem Mars? Gibt es? Mhm. Sind die Stargates denn so zu verstehen, wie wir es aus der Serie Stargate kennen? Ja, mehr oder weniger, ja. Hm. Und gibt es mehrere Stargates auf dem Mars? Ja. Hm. Ist Stargates... Von verschiedenen Rassen. Bitte? Also, es gibt mehrere Stargates. Mhm. Von... Ähm... Es ist jetzt nicht so, dass jede Rasse sein eigenes Stargate hätte, aber es gibt irgendwie Parteien auf dem Mars und die kooperieren auch nicht alle miteinander oder sind miteinander befreundet. Und jeder hat so eine Art Stargate mitgebracht. Also nicht jeder, jede, also nicht jede Partei, aber mehrere oder einige Parteien haben irgendwie Stargates mitgebracht, weil die nicht die Portale von den anderen Parteien nutzen können oder wie immer, ja. Aber mehrere. Vertragen sich denn die unterschiedlichen Parteien, die ihre Basis auf dem Mars haben? Nee, nee, gar nicht. Ah. Nee. Die kloppen sich also auch untereinander. Das ist zu viel gesagt. Also... Also es ist jetzt kein Krieg, aber sie sind auch nicht sich einig. Ja, es gibt Differenzen, sagen wir es mal so. Es gibt Differenzen. Ist denn Stargate und die Portale, die man hier auf der Erde benutzt, um zum Mond oder zum Mars zu kommen, ein und dasselbe? So kann man die auch Stargates ja... Also es ist kein ganz 100% klares Jahr. Ist nicht, aber mehr oder weniger. Ja, in dem Film Stargates fällt es sich ja so, dass du mit dem Stargate eben eine Destination anwählen kannst. Du kannst sagen, hier, ich drücke auch einen Knopf und dann geht es zur Erde, da geht es zum Mond, mit der Kombination geht es zum Mars und damit komme ich bis zum Alpha Centauri und so. Und im Portal ist ja einfach nur ein Wegkontakt. So wird es definiert. Achso, nee, so ist das nicht. Ah, okay. Wie du gerade gesagt hast. Mit den verschiedenen Destinationen. Ja, das ist die Frage. Ob es, wie diese Portale auf der Erde aufgebaut sind. Sind die nur mit einem Ziel verbunden oder kann man die Portale für mehrere Ziele einsetzen? Ich denke mal, deswegen ist die Antwort indifferent, weil es beides gibt. Ach so, jetzt kommt das ja, es gibt beides halt. Ah, beides ist möglich. Also es gibt beides, Portale und Stargates. Es gibt natürliche Portale und künstliche Portale. Ja, und die Stargates eben. Irgendwie so. Also das mit den Stargates finde ich ja sehr interessant. Sehen denn diese Stargates, die es auf dem Mars und auf der Erde gibt, auch in etwa so aus wie aus der Serie? Wieder ein mehr oder weniger. Mhm. Da ist nicht dieser Wasserspiegel, den man in der Serie zum Beispiel sieht. Das nicht. Mhm. Ereignis-Lokizont. Da ist halt Luftpunkt. Also man kann eigentlich durchgucken durch die Portale, durch die Stargates. Ja, ich meine, wenn ich jetzt, also du meinst dann, ich kann dann die Destination auf der anderen Seite sehen. Ja. Ah. Also unten, und wenn da keine Destination angewählt ist, siehst du halt auch die andere Seite des Raumes. Okay, verstehe. Ja, also mich würde mal interessieren, ob man das irgendwie mal rausfinden kann, wie diese Stargates genau aussehen. Vielleicht können wir das ja mal irgendwann herausfinden. Ich habe so ein bisschen ein Bild vor Augen, aber auch nicht klar genug. Jedenfalls weiß ich, man kann durchgucken. Mhm. Ja, sehr spannend. Mhm, stimmt, ne? Weil interessant fand ich ja auch immer bei Stargate diese Symboliken in dem Vorspann. Ah, ja, okay. Ich erinnere mich nicht so, das ist schon lange her. Ja, von SG1 zum Beispiel, da siehst du ja, dass die oft das dritte Auge anspielen. Ah, ja, das stimmt. In dem Vorspann. Ja, da erinnere ich mich, ja. Ja, dass man also mit dem dritten Auge gucken soll. Und es wird ja auch gesagt hier, jede hundertste Folge der SG1-Reihe entspricht der Wahrheit. Wie wir herausgefunden haben, gibt es davon zwei, glaube ich, ne? Naja, es gibt nur zwei Folgen, weil mehr als, ich glaube, es gibt ja 230 Folgen oder so im Schnitt. Und da gibt es nur zwei Folgen, richtig. Und zwar sind die beiden Folgen so aufgebaut, eine Art, ja, Verarschung des Stargates für die Öffentlichkeit, um es als Comic oder als Comedy darzustellen, so ein bisschen, ne? Um ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Das ist ganz witzig. Also irgendwie auch das Bemühen von bestimmten Parteien auf der Erde, die die Existenz der Stargates eben verschleiern wollen. Ja, Aufruf von allen Zuschauern, wer uns ein Stargates bauen möchte, melde sich gerne bei uns, wenn er fertig ist. Ja. Richtig. Das testen wir dann mal, das Ding. Ja. Aber zuerst schicken wir dich durch. Okay, nächste Frage an Flux. Oder wir schicken Frank durch. Nein. Nein? Nein. Auch eine Idee. Wir finden es schon, Freiwillige. Ja. So, die nächste Frage an Flux zum Thema Mars. Ist der Mars der Mond von Maldek? Oder der Mond von Maldek einst gewesen? Nein. Wurden ehemalige Marsbewohner zu Reptos umgewandelt? Nein. Nein. Aber es gibt Reptos auf dem Mars. Hm. Wäre auch noch interessant herauszufinden, was für Rassen da so auf dem Mars, für Alienrassen da momentan hausen. Also verschiedene Repto-Arten gibt es, das ist schon mal klar, aber... Kann man auch mit seinem Astralkörper zum Mars reisen? Ja. Geht schon. Könnte man beispielsweise jetzt, ist auch eine Frage, mit seinem Astral- oder Mentalkörper zum Mars reisen? Und dort zum Beispiel sich die Zukunft anschauen, was irgendwann auf dem Mars sein wird, wer da leben wird, wie er aussehen wird und so weiter. Mhm. Denke ich auch. Ja, das geht. Ja. Und falls man dann die Zukunft sehen könnte, wie der Mars aussieht, wer da lebt, könnte man sich in seinem Astral- bzw. Mentalkörper auch bemerkbar machen bei den zukünftigen Bewohnern? Wieder eine indifferente Antwort. Ich denke, es hängt auch von der Fähigkeit des Astralreisenden ab. Ja, wahrscheinlich. Denke ich auch. Und jemand fragt, kann ich auf der Astral-Ebene oder Mentalebene oder wie auch immer auch in direkte Kommunikation mit den Lebewesen oder mit den Menschen und Aliens auf dem Mars kommen? Hm, ja, das geht. Ja, denke ich auch. Ja, meine Lieben, das waren alle eure Fragen zu Mars. Ja, sehr spannend. Mhm. Ja, und nächste Woche freuen wir uns auf ein besonderes Thema mit Flux und zwar über die Naturwesen. Also, wer Fragen zu Naturwesen, also Elfen, Feen und so weiter hat, der schreibt die bitte auch gerne in die Kommentare und ja, wir freuen uns auf Flux antworten. Ja, also ganz interessant. Also ich war als Jugendlicher begeistert von Naturwesen. Das hat mich völlig fasziniert, das Thema. Ja, da bin ich auch mal sehr gerne in den Wald gegangen und hab da nach Naturwesen gesucht. Ja, ja. Und es gab eine Nacht, das war mein Geburtstag, da habe ich tatsächlich einen Zwerg getroffen. Mhm. Aber dazu nächstes Mal. Tja, und wenn euch keine Fragen einfallen, fragt einfach eure Kinder. Die haben bestimmt Fragen. Ja, genau. Fragt mal dann eure Kinder, falls euch nichts einfällt. Eine gute Idee, das stimmt. Ja, bei uns auf dem Matrixa-Telegram-Kanal gibt es auch jemanden, die hat mit ihrer Tochter Fragen zu Naturwesen schon gesammelt und uns auch schon beschickt. Und von daher ist das eine wirklich fantastische Idee. Hm, auf jeden Fall. Ja, ihr Lieben, dann danke Flux für die Antworten zum Mars und wir sehen uns nächste Woche. Ja, vielen Dank Flux. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.